Schönen guten Tag liebe Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem ausverkauften Heimspiel im Signal Iduna Park am Samstag gegen Leipzig. Wir freuen uns sehr drauf und möchten natürlich über dieses Spiel mit euch sprechen. Der Trainer Marco Rose sitzt schon neben mir und ich sehe auch schon das erste virtuelle Handzeichen und das kommt von Jesko von Eichmann. Ja hallo in die Runde. Marco ganz kurz klar Personalfrage vorneweg. Wie geht es Erling Haaland, wie geht es Thoren Azar und gibt es sonst noch jemanden auf den du zurückgreifen oder nicht zurückgreifen kannst? Sascha hat es gerade schon gesagt, ich glaube die wichtigste Personalfrage sind erstmal die Fans. Dass die tatsächlich nach über 700 Tagen, habe ich jetzt relativ häufig gelesen, wieder ins Stadion dürfen, dass wir wieder ein volles Haus haben, dass alle dabei sind und nochmal da freuen wir uns denke ich alle riesig drauf. Ich merke das auch schon in der Kabine. Unser Kapitän Reuser, der läuft seit Tagen mit einem verzauberten Lächeln durch die Kabine, weil er sich einfach auf sein volles Stadion freut und das kann uns natürlich eine Menge geben. Bedeutet dort sind wir schon mal dann einer mehr am Wochenende. Ansonsten Erling muss ich sagen sehr fraglich, bin ich ganz offen und ehrlich. Jeder hat glaube ich das Standbild gesehen, möglicherweise auch das Video, kann sich dementsprechend vorstellen, dass wir dort schon auch ein stärkeres Trauma haben. Erling ist natürlich immer einer, der dann sehr optimistisch in solche Situationen reingeht. Aber ja, also das Ding ist einmal komplett umgeknickt und dementsprechend ist der Fuß auch dick, geschwollen, blau. Wir arbeiten an allem. Erling möchte natürlich unbedingt, aber wir müssen morgen, heute, morgen einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Nochmal im Moment ist der Knöchel dann schon auch geschwollen und sehr blau und dann müssen wir einfach sehen. Großes Fragezeichen. Toto hat gestern Behandlung gehabt. Das sieht ganz anständig aus. Müssen wir auch heute im Training gucken, wie sich das verhält. Ansonsten sind alle Nationalspieler soweit gesund durchgekommen. Gio hat heute Nacht noch mal 30 Minuten gespielt, ist jetzt auf dem Weg hierher. Müssen wir gucken, wann und wie er dann hier aufschlägt. Und ansonsten unsere verletzten Situationen, klar, Schulle und Felix, die dazugekommen sind im Köln-Spiel. Mucki kommt zurück, ist wieder, ist wieder ein Thema. Also wird die Woche integriert, hat jetzt noch kein komplettes, richtiges Mannschaftstraining hinter sich. Aber schauen wir mal, wie viel Spieler dann tatsächlich dabei sind und ob wir ihn dann schon auch mit in den Kader nehmen können. Marian Larske. Ja, hallo Herr Rosauer, ich hatte kurz technische Probleme. Ich würde noch mal gerne auf die Südtribüne zurück. Die ist jetzt erstmals wirklich voll, seit Sie Trainer sind bei Dortmund. Und ja, wie schauen Sie da drauf? Und Sie haben Sie ja schon mal erlebt als Trainer auf der anderen Seite. Was bedeutet das? Ja, ich habe es ja gerade beschrieben. Ich glaube, dass uns das nochmal einen richtigen Schub geben kann, auch für die letzten Spiele zu wissen, dass endlich das Stadion wieder voll ist, dass alle dabei sind. Die Fans, die sehr, sehr lange darauf gewartet haben, Ultras sind wieder mit dabei. Also ich glaube, dass wir uns dort auf eine tolle Stimmung freuen können und wir das natürlich auch für uns nutzen wollen. Das ist ganz klar. Ja, also ein paar Mal als Trainer in Dortmund vor vollem Haus gespielt. Immer unangenehm und schwierig als Spieler mit Mainz 05 dann auch. Also ja, ein absolutes Fund für uns, was wir nutzen wollen, nutzen müssen. Und nochmal, wo wir uns riesig darauf freuen, dass der Fußball endlich wieder der Fußball wird, den wir alle kennen. Und dass das Stadion ausverkauft ist, ist schon ein besonderer Moment. Nach so langer Zeit, Pandemie, das ist schon außergewöhnlich. Das wird hoffentlich auch ein besonderer Tag für alle und viele andere Stadien natürlich auch. Das ist klar. Ja, von mir an dieser Stelle auch nochmal die große Bitte an unsere Fans, so früh wie möglich zum Stadion zu kommen. Ja, wir freuen uns alle wirklich sehr auf über 81.000 Zuschauer. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist für uns auch keine Normalität mehr. Wir haben so ein Spiel vor so einer Masse an Zuschauern seit zwei Jahren nicht mehr ausgerichtet. Wir haben jetzt dazu die Herausforderung, 3G mit einer Vollauslastung unter einen Hut zu bekommen. Der Herausforderung stellen wir uns auch. Aber natürlich bedeutet das, dass wir einfach sehr davon profitieren würden, wenn viele Leute früh kommen und nicht alle ganz am Ende und es dann sich doch sehr drubelt vor den Toren. Vielen Dank schon mal dafür. Jürgen Kors. Ja, hallo zusammen. Die Pause ist vorbei mit den Länderspielen. Jetzt sind es noch sieben Spiele im Saisonendspurt. Wie willst du deiner Mannschaft nochmal einschwören? Welche Ziele nehmt ihr euch jetzt für diesen Saisonendspurt vor, wo tabellarisch aktuell zumindest die ganz große Brisanz nicht mehr da ist? Es ist schon immer Brisanz da. Es geht ja noch in alle Richtungen alles. Und wir haben vor der Länderspielpause gesagt, dass wir das Maximum aus der Saison rausholen wollen. Und das bedeutet, dass wir versuchen, jetzt auch natürlich nochmal mit dem Hintergrund wissen, dass wir in unseren vier Heimspielen, vier Heimspiele haben wir noch glaube ich, dann tatsächlich auch die unglaubliche Unterstützung unserer Fans haben. Und da sollte für uns noch einiges liegen und Maximum rausholen. Bedeutet, dass wir versuchen wollen, jedes Spiel für sich natürlich dann auch zu gewinnen. Die Frage, die dann hinten dran hängt, Meisterschaft, denke ich mal, nicht. Okay, dann lasse ich es doch einfach weg, wenn du mit dem Kopf schüttelst. Ingo Hane vom MDR, bitte. Ich hoffe, mein Mikro war schon freigeschaltet. Ingo Hane vom MDR. Wir hören dich nicht, Ingo. Wir hören Sie nicht. Sie sind noch gemutet. Jetzt? Jetzt. Wunderbar. Also nochmal Grüße in die Runde aus Leipzig, auch an Marco. Marco, ich möchte wissen, wie du die Entwicklung beurteilst von RB, gerade nach dem Trainerwechsel. Was machen sie gut? Was machen sie besser? Was machen sie jetzt anders? Und ich weiß, dass du kein Trainer von Leipzig bist, aber wenn du der wärst, wie würdest du Erling Haaland stoppen? Erstmal kann es nicht meine Aufgabe sein, jetzt einen Konkurrenten zu beurteilen. Das steht mir eher weniger zu. Ich glaube, dass Jesse Marsch, ein Kollege von mir, ein sehr guter Trainer ist, gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, dass jetzt auch gute Arbeit gemacht wird. Und alles andere ist dann auch nicht meine Aufgabe. Und zur zweiten Frage, Ingo. Also ich kann ja jetzt nicht dir und Leipzig den Tipp geben, wie man Erling Haaland stoppt. Das wäre ja kontraproduktiv. Aber ich glaube, dass man Fußball nicht neu erfinden kann. Man kennt die Stärken von Erling. Man weiß, dass er, ja, unglaublich torgefährlich ist, dass er eine gute Physis hat, dass er in der Box, wenn er Chancen bekommt, die er auch nutzt. Dort sollte man dann natürlich aufmerksam sein. Das ist ganz klar. Aber Erling zu stoppen, grundsätzlich über 90 Minuten, ist halt auch schwierig. Das hat man jetzt auch im Länderspiel gesehen. Da muss man dann schon auch zu Mitteln greifen, wie die Kollegen dann immer wieder im Länderspiel, was leider dazu führt, dass der Junge uns jetzt möglicherweise dann auch ausfällt. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr schade. Jesko von Eichmann. Ich würde natürlich einmal ganz kurz zurück zum Spiel und der Stimmung. Es gibt ja einige Spieler bei euch, die kennen das noch überhaupt nicht, dieses volle Stadion und diese Süd. Gibt es da irgendeine spezielle Kommunikation dann eben auch vielleicht von Reus mit den Jungs? Freuen die sich schon ganz speziell? Gibt es auch von denen Reaktionen dazu? Ich glaube, die freuen sich drauf. Also Jude zum Beispiel hat noch nie vor einem vollen Stadion in Dortmund gespielt. Möglicherweise muss Marco dann mal kurz während des Spiels sagen, mach den Mund zu, wenn sie alle staunen. Und konzentriere dich auf Fußball. Aber ich glaube, dass uns das vor allen Dingen viel gibt im Positiven und das wollen wir natürlich auch für uns nutzen. Also das müssen wir auch für uns nutzen. Ein volles Stadion, totale Unterstützung. Da geht was für uns, ganz sicher. Katharina Küpper. Hallo in die Runde. Ja, ich habe mal eine Frage. Wie kann man sich denn so einen Samstagnachmittag dann vorstellen? Topspiel, ausverkauftes Haus, vorher spielen auch die Bayern. Guckt man sich vielleicht die erste Halbzeit gemeinsam an? Ja, klar. Noch ein Eierlikörchen dazu. Ja, normale Spielvorbereitung. Also wir gehen ins Hotel, haben dort unsere Abläufe, haben unsere Spieltagssitzung. Natürlich früh unsere Standardsitzung, wenn dann zwischendrin mal Fußball ist an einem etwas längeren Tag, dann guckt man dann möglicherweise auch mal dort rein. Der ein oder andere Spieler macht es nicht, der schaut was anderes oder liest. Ansonsten ist dann Fokus auf unser Spiel und den Eierlikör lassen wir auch weg. Jesko von Eichmann bitte mit der nächsten Frage. Ja, gerade beim Personal haben wir dann Axel Zagadou gar nicht mit angesprochen. Der war wieder fleißig auf dem Trainingsplatz, wie wir sehen konnten. A, wie ist sein Stand? Und B, wie gerne hättest du ihn, du hast ja auch schon ein paar Mal betont, dass du ihn eigentlich auch ganz gerne noch länger hier hättest. Ja, das ist ja ähnlich wie bei Manu Akanji. Die beiden hatten ja einen ähnlichen Verletzungsverlauf. Manu hat jetzt schon mal gespielt, hat jetzt auch das Länderspiel gehabt. Daxo hat hier sehr gut trainiert. Und über die vertragliche Situation wird im Moment gesprochen, Verein und Spielerseite. Und dann werden wir schauen, wie das weitergeht. Aber es ist gut, ihn wieder dabei zu haben. Herr Hane noch mal. Ja, der lässt nicht locker. Ich verstehe ja, dass du das nicht beurteilen willst. Aber vielleicht kannst du mir sagen, worauf ihr euch einstellen müsst. Leipzig ist eine Mannschaft, die ich glaube, in den letzten Spielen gezeigt hat, dass sie mit großem Selbstvertrauen agiert, sich nicht aufgibt. Was sind die Stärken und worauf müsst ihr euch einstellen? Also, dass Leipzig jetzt eine Top-Mannschaft ist, das ist, glaube ich, nichts Neues. Also, dass das eine Mannschaft ist, die in Deutschland ganz oben dabei ist, mit unglaublicher individueller Qualität. Mit für mich in der Breite wahrscheinlich dem besten Kader in der Bundesliga. Also, selbst wenn dann mal zwei, drei, vier, fünf Spieler ausfallen und man guckt, wer dann noch kommen kann, wer dann noch bereitsteht, dann ist das außergewöhnlich. Einzelspieler, ein Kunku, hat sich wahnsinnig entwickelt, torgefährlich, spielt stark, gibt immer wieder Tiefe. Silva, ein Strafraumstürmer, der Bälle festmachen kann, der auf Flanken unglaublich gefährlich ist. Olmo, der toll Räume findet. Jetzt können die noch sieben andere nennen. Schoboschleif-Vorsberg auf sechs Leimer, der dort arbeitet, umschaltet, Fußball spielt. Unglaublich guter Spieler. Also, wo fangen wir an? Einfach eine Mannschaft mit absoluter Top-Qualität, die jetzt für sich in der Dreierkette eine Grundordnung gefunden hat, in der sie sich sehr wohl fühlt. Dort immer wieder mal auch dann unterschiedliche Facetten, was das Mittelfeld betrifft, zeigt. Mit einem Sechser, zwei Achtern, zwei Sechsern, einem Zehner, mal einer Spitze, mal drei Spitzen. Also, flexibel einfach. Das sind so die Dinge, auf die wir uns vorbereiten. Und wir glauben aber zu wissen, dass wir auch eine sehr gute Mannschaft haben, die im Moment Tabellenzweiter in der Bundesliga ist. Und die letzten sieben Spiele mit maximal erfolgreichen Ergebnissen bestreiten will. Und es ist ein Spitzenspiel. Deswegen Samstag, glaube ich, auch 18.30 Uhr mit einem längeren Nachmittag, den wir, wie beschrieben, dann verbringen. Und dann geht's los. Marian Laske. Ja, Herr Rose, ich möchte mal gerne kurz auf Otto Addo zu sprechen kommen, aus Ihrem Trainerteam. Der hat ja einen großen Erfolg gefeiert mit Ghana. Wie haben Sie das aufgenommen? Wie haben Sie vielleicht schon mit ihm darüber gesprochen? Und das sollte ja eigentlich eine Ausnahme sein. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was für einen Wert er für Ihr Team hat oder für Ihren Verein. Ja, großartiger Erfolg von einem großartigen Menschen und einem absoluten Fachmann. Ich glaube, dass in Ghana die wenigsten damit gerechnet hatten, dass sie das gegen Nigeria in der Form in zwei Spielen dann auch schaffen. Nach der Enttäuschung auch beim Afrika Cup. Otto hat die Aufgabe angenommen, hat trotzdem hier in der Zeit, wo klar war, dass er die Spiele spielt, seine Aufgaben erfüllt. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass er mit dem Kopf irgendwo anders ist. Man hat nie das Gefühl gehabt, er hat hier auf dem Gelände keine Spiele vorbereitet, analysiert, sondern er hat für Borussia Dortmund gearbeitet und scheinbar hat er aber zu Hause dann eine Menge Zeit in diese Vorbereitung für die beiden Playoff-Spiele gesteckt. Und seinem Land in einer ganz schwierigen Situation, sportlich, einen tollen Dienst geleistet. Ich habe ihm schon geschrieben direkt nach dem Spiel, dass ich hoffe, dass sie ihn dann noch mal auch rauslassen wieder, aus Ghana zurücklassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn jetzt natürlich dann gleich verhaften wollen. Aber Otto hat geschrieben, er kommt zurück, er kommt gerne zurück. Aber toll, toller Moment, besonderer Moment. Und Otto macht hier einen hervorragenden Job als Verbindungstrainer, ist für mich auch immer wieder Ansprechpartner, macht das gut, arbeitet mit den Talenten, macht Videoanalyse, mit Jude nachspielen, dann mit den anderen Jungs, die halt gerade so dann auch im Übergangsbereich arbeiten. Schaut viele U19, U23, U17 Spiele, eine ganz wichtige Position für uns und Otto macht das hervorragend. Katharina Küpper. Noch eine Frage an Herrn Flicke. Die Fans kommen zurück ins Stadion und werden erstmal mit einer Getränkepreiserhöhung empfangen. Wie kam es dazu? Ich glaube, wer gestern Tagesschau geschaut hat, der sieht, dass wir in Deutschland 7,3 Prozent Inflation haben. Und das ist der größte Wert seit 40 Jahren. Und für uns haben sich einfach an ganz, ganz vielen Ecken und Enden auch die Preise erhöht. Und da sind wir schon sehr, sehr, sehr sensibel. Da kann sich jeder drauf verlassen. Okay? Nicht okay, aber okay. Nicht okay. Es tut weh, weiß ich. Ja, das ist für niemanden schön, aber wir haben es uns da auch wirklich nicht einfach gemacht. Ganz sicher. Weitere Fragen? Ja, dann sind wir durch. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen am Samstag. Und bedanken uns für eure Teilnahme an der Pressekonferenz. Bis dann. Tschüss. Ciao.